Zeitlos schön, der Deckenventilator Titanium. Durch das runde Design seines Ventilatorgehäuses ist der Titanium ein beliebter und zeitloser Deckenlüfter. In den Gehäusefarben Chrom gebürstet und Weiß erhältlich, kann der Titanium mit Flügeln in den Dekoren Buche Kiefer, Lack Weiß und Nussbaum-Kirschbaum kombiniert werden. Die Dualoptik der Wendeflügel erlaubt jeweils die sichtbare Montage des gewünschten Dekors. Der dreistufige Ventilatormotor kann ebenso wie die integrierte Deckenleuchte über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Aus Designgründen wird auf die übliche Steuerung per Zugschalter verzichtet. Ein Grund, warum der Titanium besonders oft für die Belüftung von Hotelzimmern verwendet wird. Der hohe Anstellwinkel der Ventilatorflügel gewährleistet einen starken Luftdurchsatz bei energieeffizienter Motorleistung.